ja hallo und herzlich willkommen zu diesen nächsten Part von Fiete dies leid mit aber kraft da er dort schafft der Steck auf gut okay in dieser Folge er möchte ein weiterer klar gemacht haben der Witz also die eine Höhle hat sich schon ausgehöhlt und die ist gerade an der zweiten ja wir haben hier richtig viel da da und dann warm und ich schmelze uns noch ein bisschen Eisen und wir wollen versuchen in den nächsten zwei Folgen noch was neues zu machen nehmlich das weiß ja was wir machen wollten was wollten wir machen Nanosaber ach so ja wir sind erst mal noch in der Technikkiste sollte noch zwei Solarpanels sein das könnten wir mal nicht Stromgleislauf anschließen sogar drei glaub wir könnten ja oben jetzt machen und dann noch eine kann ich ja eine Badbox machen ich habe jetzt relativ viel was ich hab noch Glasfaserkabel ich leg das dann runter also ich hab hier noch mal 24 Eisen ich hab hier noch mal die Glasfaserkabel und die ähm aus 17 Uhr knapp muss sie also so laufen okay wo will sie auf dem Dach platzieren keine Ahnung irgendwo seitlich wir platzieren sie erstmal noch da unten und ähm wir machen die dann woanders hin wenn die Zeit reif ist und fahr mal sie ist dick und sie am besten ab okay das wechseln nur sonst aber ich hasse diesen scheiß Fallschaden einfach der kotzt mich einfach nur an soll mir noch ein bisschen zaubern ich bin schon übel zweit echt? ja genau wie du ich will ich will ich wüsste durch sie ihn abfahmen und gehe runter in den keller ja läuft bei dir ich hoffe irgendwas im Keller machen jetzt weiß ich es nicht mehr zack lol so wie komm ich jetzt hier wieder raus kannst du mir mal das Jetpack geben ja das ist doch warte kurz so ah du angole warte jetzt schießt mich aber nicht ab sonst geht's nicht und ich wollte Sticker Resin abfahmen und habe stattdessen Electric Ranch geholt wuhuhu ja okay ich fange ähm soll ich mal weiter zaubern für was? wir sind doch äh also Taumium ähm Taumium haben wir schon fünf Stück aber die schau mal in meinem Farmer nochmal komm ja da brauchst du ähm fünf Magie glaube ich und acht ähm ja äh acht Metallum also ein Eisen und vier soll ich mal ein bisschen Taumium machen? ein ein brauchst du nur ein Eisen dafür? ja ein Eisen hat acht Metallum brauchst acht Metallum für ach so ich hab gedacht du brauchst dann acht Eisen mhm so wir brauchen noch mehr ähm warte mal Silverwood ja Silverwood da hinten war doch noch ein Greatwood Baum der kanns auch filmen ich bin hier grad am Tree Trap mach du mal kurz oder hast du warte hast du eigentlich ein Taumometer? oder soll ich dir mal kurz geben? ein Phnomicum hab ich ja ein Taumometer hast du ja dann geh du mal suchen okay also es ist einfach nur ein Kompass eigentlich obwohl es das bringt es eigentlich voll nicht ich bin mal lang gegangen und ich hab nichts gefunden einfach mal nichts so warte mal es ist los okay also ich muss mal kurz ein bisschen brush ne also ich brauch ein Eisen und zwei davon und wenn ich jetzt mal zehn Stück mach da brauche ich zehn Eisen und zwanzig Silberwood also ich brauche auf jeden Fall mehr Silberwood wie viel brauchen wir äh wie viel brauchen wir für eine ganze Rüstung über weg ich hab elf schon mal wieder wir brauchen mehr Silberwood gehen wir mal das zu ähm warte mal wie macht man dieses ähm dieses Dings hier da geil ist das ja Taumometer ja ich hab's noch gar nicht erforscht hey hey ich hab's hier ich gib's hier ich brauch das nicht ich brauch das nicht da und es zeigt an wo der nächste Silberwood Baum ist das zeigt halt die nächste Magie glaub an soweit ich weiß alter und wie soll und wo zeigt das Ding hier inhaltig seh ich versteh das gar nicht Leute jetzt mal ehrlich wenn ich dir so an den Bissen des FL5 aus so hä wo soll das jetzt hin zeigen da wo ist äh nach äh da wo die Spitze ist wo ist die Spitze es gibt zwei Spitzen warte äh verstehen also du siehst ja zwei Spitzen einmal da und einmal das zu dir zeigt du musst immer da laufen da die von dir weg zeigt ok dann laufen wir hier noch ich weiß ich weiß mit zwei Händen nebst du das ich hab keine Ahnung ich weiß und ich soll hier lang es sagt ich soll hier lang eigentlich wollten muss ich grad noch in die Abrechtung ja hätte es ja ich will mal wissen ob das da hin zeigt also auf jeden Fall hat das Silberwood schon mal angezeigt bei mir aber der Silberwood ist Silberwood hat 2 lol jetzt zeigt das wo ganz woanders hin ne jetzt zeig's wieder das ändert sich halt manchmal weil das dreht sich dann einfach um ok dann da ist der Greatwood fällen wir den einfach mal ja hast du mein JPEG noch gell oh du spack ist doch geil warte ich fliege mal mal kurz auf den Baum da völlig froh wusch von oben wusch ich hab noch 3 Krabbe das reicht der nächste Greatwood wäre war denn der nächste Greatwood lol ich weiß nicht mal wo denn nicht wie viel Greatwood brauchen wir denn also für ein für ein taum dann brauchen wir wie fachmagnet an ähm brauchen wir 4 Greatwood 4 ja und Cyberwood bräuchten wir nur 2 weil es hat mehr mehr magie ok ja aber Silberwood findest du auch viel seltener ja wie viel Silberwood haben wir eigentlich Silberwood äh wir sind nur noch 8 glaube ich ja das müsste theoretisch eigentlich fürs ja das reicht für 9 ging jetzt noch aus brumm 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 wie viel hat du hast 11 gell ja es reicht für 11 was achso traumium ich weiß gar nicht ob die Rüstung so gut ist also dann haben wir noch 5 hier das heißt wir haben 16 plus 9 sind 25 woher willst du eigentlich wissen dass die Rüstung so gut ist weil das ein sehr gutes Metall ist jedenfalls und das ist gelb wenn du mal guckst alles ist gelb da das ist alles mit gelber schrift auch das traumium schwert und alles ich finde das relativ auch sieht einfach auch geil aus wenn es auch gut aussieht ist es meistens ich weiß ich auch stimmt aber meistens ist es auch dann besser ich sag dir nur hex es ja 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 also warte ich guck mal wir haben wir haben 39 greatwood noch da ich weiß gar nicht wo da die spitze liegen soll wusste ich einfach so nicht hast du das silverwood zufällig ja gut wir haben 39 grade wird auch noch also es müsste theoretisch mit deinem dass sie jetzt war uns reichen für zwei rüstungen der gaming was hat was verpasst weil er ja alles einfach mal ich glaube hier diesen dings entlang ich weiß nicht ob ich die ich naja ist das zeigt ja sich an wie weit du noch von dem scheiß entfernt ist das heißt du könntest theoretisch zu einer 300 meter laufen blöcke und du weißt immer noch nicht ob du da bist das ist der nachteil das ist echt fehler gemacht hätte man da nicht irgendwie spitze reinzeichnen wäre die scheiß doch ich glaube ich weiß wo sollen wir das taumium rüstung machen oder solche bad box und mann noch machen ich mache das jetzt so ich fliege ein jetpack nach oben und suche einfach nach nach hellblauen bildern zur 3 r a batterie ja das kann ich natürlich angucken aber die freutig rate wird aber kein silber copper redstone tin ok wir haben genug zinn würde ich sagen hier ist ein baum da unten ist im spawnen und eine kiste versteckt da tin copper cable haben wir noch vier stück dann brauche ich noch ein bisschen redstone ach nehm ich einfach mal alles mit und was brüche noch muss die kiste da unten ja ich hab steals wort taumium hau taumio ist immer geil egal was ich habe ja ich habe jetzt auch also eine feldhacke aber fehlt einfach kein silberwut ja ich scheiße also eine batterie habe ich schon mal mir fehlt noch eine kann ich nur eine bad box machen das hat keiner gesehen ich kraft ich habe einfach über zwei stecks eier noch ein koppelkabel so 3 r e batterie in die leute nein 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 ich will nicht keine so zack 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 heute haben wir hier noch was brauchen wir noch mal also du brauchst eine bad box ach so noch mal ein koppelkabel ja gut eins haben wir noch gut grad so so ich hab noch mal eine bad box noch mal ja wir müssen irgendwann zwischenschalten und wo willst du zwischenschalten hoch um ja dann müssen wir mal so laut ich hab die 3 jetzt noch mal nach unten verbaut wir können es ja hier machen da wo du grad drauf stehst ja ich eben gucken was ich so was in meiner spektrum nichts ex of stream hat er schon alter pick is of the core alter was geht mit dem ab was der dann ist voll der zocker ist jetzt schon ex of stream pick auf abend schieb 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 ja so heute das ist die grisien dann kommt es mal ab natürlich abfasst ist weg ein ich hab kein stück ist sie ok kommt die grisien rein die technik ist wahrscheinlich die technik ist aber ganz die grisien drin ach so er aber richtig aber daraus kriegen jetzt noch mal 36 ich habe irgendwo noch sticke wie sie ihn gemacht ich habe es mitgenommen so bist du und nur mal 30 eisen fertig guck mal wie lange die auflösung geht 12 12 ja aber wir haben ja auch mit dieser ganze laberei von our city sind es immer 20 sekunden weniger okay also wir könnten das jetzt hier umbauen da wieso kommt da nichts raus ich habe ich habe ja auch noch hatte ich komme eigentlich das workbench so das nächste wäre dieses komische lichter aber wie kriegst du das ja bei mir basic alchemy street und basic art facing jetzt geht mir das geht also lieb transportation das habe ich schon lang soll ich mal noch mehr ich mach mal ein bisschen traum ich nehme great wood mit so ich nehme mal halben stecken was braucht man noch abakt ist das weiß ich nicht ich weiß nicht mehr ich hab das einfach mal kurz gemacht so eisen haben wir ja auch genug da das sagt das faktor 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 sagt da ist hart hat er abendet es ist nicht so ein bisschen spott alter werden über ein steck rubine ich bin kein wach zu ich glaube vielleicht wir haben 20 gold ohr er noch mal eine halb zweieinhalb sechs ein gott ich egal ich sag jetzt mal nichts so also wie viel gebraucht man 4 1 2 3 4 wenig behindert alter sagt ein zauberstab ist unten mein gott mag das ist dieses ich finde es einfach nicht ich mache ich mache jetzt mal noch mal 4 mein gott ich trinke gleich im rat jetzt mal ehrlich wie kriegt man die scheiße kisten zack also vier kräftel 1 2 3 4 ja 234 sagt und auch mein taumium der thermometer habe ich dir das gold nuggets und glaubt aus gold und einem worte schau nein ich weiß ich nicht ich sag nichts was hat es für elemente nämlich dann kann ich auch gucken was ich habe vier traum schon was hat es vom meter für elemente hast du noch das vormeter du hast das vormeter ich hab's nicht ich hab's wahrscheinlich eingetütet hier die kiste eingetütet na wo ist es hin ich hab's nicht mehr sicher dass du es nicht hast ich hab's nicht ich hab's nicht ich hab's doch schon geguckt ich hab's noch nicht okay das haben schon das war auch schon da drin waktus da ist es doch bei mob drops bei werkzeuge ach so ähm gibt es mal ich habe gucke welche elemente ist das oh eisen wahrscheinlich kommt redstone rein ich verbrauche immer roter stein ja wie ich wusste ich mache jetzt richtig wie du hast aber sie gemacht weil da du was machst es was habe ich gerade gekriegt ich habe jetzt sechs hau mehr also wie viele ich habe jetzt sechs hau mehr also mit dem unten haben wir jetzt schon 15 1 und hier noch 1 2 3 4 und dann noch das und sagt noch mal traumio jetzt gehe ich mal ein bisschen noch mal great wird wir haben bald kein great wird mehr da so ich tue ich lass mal bis da können wir es mal was kann denn da vielleicht noch ein Papier wahrscheinlich ich habe noch Papier warte mal warte mal raus ist doch 10.000 super oh alter das ist zu kommen ich hab mal gelesen ich glaube es ist die Folge langer wählen oder? 19 minuten ok also mal schauen wie viel taumium ist denn unten unten haben wir 16 das heißt mit meinen haben wir dann relativ viel als für eine rüstung reicht schon mal wie zu die ehre haben und die erste rüstung bekommen ich brauche sie mal hast du genau 24 genau 24 ich brauche damit 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 ich ha 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 ok ich lege es ja nicht rein so v v chestblade eine v monomikum leggings dann einmal zack 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 einmal einen helm und einmal schuhe ich sag dir wenn es jetzt schlechte wie eisen ist dann bricht dich um es ist so gut wie eisen um ich hab dir da gesagt es ist scheiße woher willst du wissen dass es so gut ist wie eisen weil es genau so viele rüstungspunkte hat wo ich wo steht es sagst du wo steht es da über den leben rüstungspunkte ich verzaube die malen dir ist klar dass meine rüstung verzaubert ist und so viel hat ohne verzauberung würde ich mal sagen nein hat es ja auch jetzt ohne verzauberung macht es nichts mit der rüstungspunkte du hast es verkackt du hast einfach verkackt ich glänze jetzt dafür wieder schön die sieht aber die sieht aber besser aus du hast bei mir kein scan ich hab einen du hast bei mir auch du hast bei mir einen .... u cod u C ile uft u m u c u c Ja, okay, dann bis zum nächsten Mal. Okay, ciao.